Stöger 1 zu 0, wir sehen es hier noch einmal, Peter Stöger hat die Situation am schnellsten erfasst, der scharfe Pass in die Mitte und Narbekowas bringt die Austria mit 1 zu 0 in Führung und gleich noch einmal, ja damit hat sich die Chance der Austria die zweite Runde zu erreichen beträchtlich gesteigert Der Aufstieg in die Champions League, das ist ja das erklärte Ziel der Mannschaft und von Trainer Hickersberger wäre sportlich, aber auch finanziell für die Mannschaft überaus wichtig